WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was wollt ihr, Zastamann? Immer schön aufpassen GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hey Mann! Geht mit Johnny zum Glück! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das ist zu weit entfernt. Was ist denn da, Hanzier? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Unsere Späher hätten schon lange zurück sein sollen. Findet die und guckt mal, was da so dauert. Ich muss näher ran. Das war's. Ich muss das. Ich muss das. Ich muss das. Das war's. Die Späher werden nicht verletzieren. Das kann ich nicht angreifen. Dreht mir besser nicht den Rücken zu. Okay, so sei's. Wer seid ihr denn? Sandala für Emma. Und hier ist der Niedern, dann kann ich den Rücken. Sieht mir ein. Der Schiff. Der Schiff. Der Schiff. Sieht mir gut. Der Schiff. Sieht mir im Ausland. Was? Schau! Ha! Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Stärke wohnt diesen Teichen inne. Sammelt reine Wasserpartikel, um unsere Macht wachsen zu lassen. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. 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 Geh! Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Die Flotte von Kul-Tiras gehört bald euch, meine Königin. Ich versenke eure Leichen in den schwarzen Tiefen, wo sie auf ewig gemattert werden. Fließt Frieden mit eurer Königin, denn euer Leben endet hier. Euer Kopf hängt von bald an meiner Hand. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Die Perle ist nicht hier. Vielleicht war Ascharas Lakai schlauer als es schien. Die Fährte führt dort hinunter, in diesen übel riechenden Pool. Haltet eure Sinne geschärft. Echt was Unsichtbares lauert auf uns. Die Dunkelheit wurzelt. Die Kestilenz wandert. Der Durchgang ist offen. Es hat uns in seine Höhle geführt. Macht euch bereit. Diese Bestie wird keine Leiche wollte sein. Ich habe keinen Sinn. Ich bin auf der Reichweite. 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 Das war's für heute. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Ich bin aus der Reichweite. Ich erwarte euch im Dunkeln. Ihr mischt euch in meine Angelegenheiten ein? Denkt ihr, ihr könnt meinem Willen trotzen? Es ist das Gesetz der Wildnis. Die Starken nehmen von den Schwachen. Genießt euren Sieg. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Unsere Späher hätten schon lange zurück sein sollen. Findet die und guckt mal, was da so dauert. Ich hab es nicht. Ich habe es nicht. Ich bin aus dem Wind. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Musik 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 Ah! Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher ran. Ich brauche ihn. Der ganze Sumpf will uns ans Leder. Nur mal gut, dass ihr der Sache gewachsen seid. Was treibt ihr hier? Shadra sieht alles. Wer seid ihr denn? Geht mit Gianni zum Glück. Geht mit Gianni zum Glück. Geht mit Gianni zum Glück. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Das kann ich nicht angreifen. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was wollt ihr, Zastamann? Schadra sieht alles. Was treibt ihr hier? Immer schön aufpassen. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Dreht mir besser nicht. Okay, so sei's. Das ist zu weit entfernt. 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 Aber... Das ist zu weit entfernt. Die Bluttollfrau... Sid. Es sieht aus, als ob sie geopfert wurde. Seht, der Mörder hat einen Dolch dagelassen. Ein kleiner Zauber und... Da, folgt dem Phantom. Finden wir raus, wo der Anhänger Wotsamdis hin ist. Die Zauber sind in einem Schiff. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich spüre hier Zorn und Kummer. Was auch immer hier geschehen ist, es hat kein gutes Leben. Das war's für heute. Das Monument da sieht genauso aus wie Bonsamdis Schreine in Suldazar, ist aber viel älter. Hm, die Opfergaben sind frisch. Bonsamdi hat anscheinend einen Anhänger hier im Sumpf. Das war's für heute. Hier gibt's Rares gegen Bares. Man sieht sich. Hier gibt's die besten Waren im ganzen Imperium. Das ist die besten Waren im Imperium. Das war's für heute. 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 Hinterfragt alles. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dieses Ziel kann ich nicht angreifen Das ist zu weit entfernt Euer Blut ist unsere Kraft! Das kann ich nicht angreifen Gar nichts! Bald werdet ihr alle sterben! Gute Arbeit! Die Seele von der hier wird ein würdiges Opfer für Buonsanti abgeben Und jetzt lasst uns verschwinden! Weiter vorne ist ein Schrein, so Baal genannt Trefft mich da! Grüßt euch, Fremdling! Geht auf euch Macht! Ich hab viel zu tun Passt auf euch auf! Geht auf euch! Geht auf euch! Wie geht's denn so, Mann? Und tschüss! Was wollt ihr von Hansabu? Verliert! Wartet! Da kommt was auf uns zu! Wer seid denn ihr, Fremdling? Kein Bluttroll! Kein Bluttroll! Sonst hätten die Geister kurzen Prozess mit euch gemacht! Hey! Ich störe ja nur ungern, Mann! Aber ich hab ne dringende Bitte! Was wollt ihr? Entspannt bleiben, Mann! Grüßt euch, Fremdling! Geht auf euch! Ich geh vor, das Ritual vorbereiten! Trefft mich dort, wenn ihr fertig seid! Kein Problem, Freundchen! Ich warme euch mal! Wird ein bisschen wehtun! Naja, vielleicht ein bisschen mehr! Die Bluttrollfrauen befehlen die Kriegsmeuten! Also müsst ihr wie eine aussehen! Lasst mich mal machen! Das krieg ich hin! So! Hab euch den Geist von nem Bluttroll verpasst! Die Magie wird euch verwandeln, wenn ihr näher an ihr Dorfrand geht! Braucht ihr ein bisschen Voodoo? Das in der Nähe von ihrem Lager werdet ihr in eine von denen verwandelt! Aber passt auf! Die Tarnung ist nicht perfekt! Die Tarnung ist perfekt! Hahaha! Hahahaha! 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 Eine Tarnung ist einfach! Das geht jetzt auf! Die Tarnung ist nicht gerecht! Das geht jetzt so! Die Tarnung ist nicht glücklich. Die Tarnung ist nicht gerecht. Die Tarnung ist nicht lecker! Kerzen am Platz und die Opfer sind bereit. Jetzt noch den Zirkel malen. Ich hab viel zu tun. Passt auf uns auf. Lasst die Vision eure Schritte lenken, bis sie den magischen Kreis bilden. Vorsichtig, Buonsandi wird verärgert sein, wenn das Ritual schlampig durchgeführt wird. Sehr gut. Jetzt schlag die Trommel. To-ba-ku-zu-ta-tu-bo. Großer Buonsandi. Diese Opfer erwarten euch. Die Stimme kenn ich doch. Und Geschenke. Sehr schön. Kommt rein. Kommt rein. Ja jetzt rum. Gut, da die sich von vorne macht. Ah! Ah! Seht an, hallo, Anzabu. Wollt ihr eure Schulden begleichen? Großherr Wonsamdi, ich bringe euch mehr Seelen. Viel vereinbart. Ich hab noch so'n Fremdling hier mitgebracht. Er will mit euch sprechen. Mächtiger nur. Was führt euch zum alten, einsamen Wonsamdi? Kutsch! Geht schon mal an. Wonsamdi, wacht über euch. Ich muss dann mal zurück nach Zobal. Muss noch jede Menge Seelen sammeln, bevor ich meine Schuld abbezahlen kann. Macht's gut. Wir sehen uns bald. Was? 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 Wann? 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 Wann ist das? Was ist das? Dekker, wir sind so. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Diese Fehl kann ich nicht angreifen. Das 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 ist nicht, was ihr mir versprochen habt. Das kann ich nicht angreifen. Ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Das kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Das 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 war's für heute. Das war's für heute. Geh! Ja, Jun! Er ist der Meister von diesem Land. Schon bald wird die Macht der Türricht über uns handelinen. Noch nicht. Am Ende. Mutter? Wo bist du? Wo bist du? Tars Dingo! Hallo! Ah, okay. Mutter hat was gesagt über eine Abmachung mit Bonsamdi. Sie ist sicher noch irgendwo in dem Tempel. Die Kleine hat recht. Ihre Mutter ist nicht auf der anderen Seite. Geht! Geht! Finde die arme Mutter und bring sie zusammen. Das kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ich und Mutter haben einen Priester hier gefunden. Haben mir ein Kleidchen gegeben. Richtig nett! Es ist dunkel da drin. Geht vor. Ich bin gleich hinter euch. Ich glaube, wir sind fast da. Mutter! Wo bist du? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Bis zum Schluss. Ich bin der Fall. Jetzt sind Mutter und ich zusammen. Für immer. Ja, Mutter hat einen Fehler gemacht. Aber ich vergeb ihr. Jetzt können wir den Rest der Ewigkeit zusammen auf der anderen Seite verbringen. Ich hoffe, Mutter und ich sehen euch mal wieder. Jetzt! Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja, meine Macht wächst! Hallo! Hallo! Wollt ihr in Handel eingehen? Wir sehen uns kalt wieder. Komm zum Hof der Seelen. Es ist an der Zeit, dass wir unseren Pakt abschließen. Nun, was führt euch zum alten, einsamen Wonsamdi? Wonsamdi! Endlich traut ihr euch aus dem Schutz der Ruine! Hm, ihr seht wie ein schlaues Mädchen aus. Und trotzdem unterbrecht ihr mich in meinem eigenen Tempel! Ich gebe euch eine Chance, euch dem Blutgott zu unterwerfen. Gebt auf, oder sterbt! Keiner darf Bonsamdi vorkommandieren! Ihr glaubt also, ihr könnt euch mir entgegenstellen, Wicht? Große Worte! Aber auf euch wartet dasselbe Schicksal, wie auf alle, die sich Gahun verweigern. Erhebt euch, Diener, und vernichtet den törichten Loa! Ich brauche ein Ziel! Ich brauche ein Ziel! Ich brauche eine Seele für meinen Meister! Eure Seele für Gahun! Eure Seele für Gahun! Vor dem wahren Herrn des Todes fallen! Meister, bewährt mir eure Schuss! Ich habe kein Ziel! Diesen Kampf gewinnt ihr! Aber ihr könnt euch nicht ewig verstecken! Sobald ihr rauskommt, sterbt ihr! Eine Dreistigkeit! Ein Angriff auf mein Tempel? Auf mich? Das wird Ihnen noch Leid tun. Sowas von Leid! Was wollt ihr vom Tod? Vergesst unsere Abmachung bloß nicht! Schickt uns an die Weiterseelen! Wenn ihr weiter in meiner Gunst stehen wollt! Stroh! Schick uns an die Halt! Grüßt euch, Fremdling! Grüßt euch, Fremd! Grüßt euch, Fremd!